Nix interessiert mehr und ich weiß, aha, ich bin in Oberbayern. Dachau, Erding, Ebersberg. Viel Geld, wenn ich mag. Das ist eine Gegend, in der eigentlich nix mehr wächst. Fast nix. Manchmal wachsen dann noch bayerische Kultusminister. Der Kulturbegriff ist völlig klar. Aber, solange wir noch ein Konzern finden, der uns unsere Felder abkauft, halten wir uns an Haustepp. Siggi, Siggi, wie du die Leid noch machst, es ist ein Wahnsinn. Siggi, wie du... Ha, Franz, Franz, ich sag grad, wie er die Leid noch macht, es ist doch der Wahnsinn. Du, Franz, Franz, jetzt gehen wir noch ab, jetzt trinken wir noch eine, jetzt schütten wir noch einen rein. Jetzt geht's jetzt richtig los, jetzt lassen wir es richtig krachen. Siggi, wie du die Leid noch machst, Siggi, Siggi, und jetzt, du, Alvin, 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 ich sag grad, wie er die Leid... Du, 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 der Alvin sagt sie, zum Absorcher sagt er, der Alvin. Siggi, Siggi, wie du die Leid noch machst, Siggi, Siggi, wie du die Leid noch machst, Du, Alvin, Alvin, gehen wir noch ab, gell, das trinken wir noch eine, jetzt schütten wir noch einen ins Gesicht, das geht jetzt richtig los, gell. Jetzt, der Franz kommt auch los, muss ich richtig krachen, gell. Siggi, jetzt sag uns doch eins, weißt du, genau so seid's.